Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Popo. Wir sind hier, wie ich gesagt habe. Also ich habe es nicht geschafft, irgendwie meinen Weg dahin zu finden, weil das war mir irgendwie zu knüppelig. Und dem entsprechend, wahrscheinlich brauche ich dafür fliegen oder so, damit ich da besser rankomme. Und ich denke mal, das werden wir mit der Zeit auch kriegen. Ich habe mich tatsächlich dann aufgemacht. Ich gesagt habe hier und jetzt wollte ich mit euch zusammen hier den Weg lang. Bis hierhin. Vielleicht versuchen wir irgendwie so sneaky über die Banden hier rüber und dann den Feuerwehr zu machen. Können wir schon mal als Ziel festlegen. Vollgeist. Ne, Flug finde ich jetzt nicht so krass wie Feuer. Feuer wäre mir schon lieber, dass wir jetzt irgendwie das machen, dass wir das hier freischalten, in der Hoffnung, dass wir denn das machen. Ähm, wie oder ist Plus? Ich muss da lang. Mir fehlt irgendwie das Fahrrad. Lass mich raus. Okay. Bring, bring. Hallo, hallo, hier ist die Mila. Wir sollten ab jetzt hin und wieder telefonieren und uns darüber austauschen, wie es so läuft. Du bist doch von der Akademie aus nach Westen aufgebrochen, stimmt's? Dann sollte Moldritt nicht weit entfernt sein. Da gibt es übrigens auch eine Arena, die sich auf Käfer-Pokémon spezialisiert hat. Fordere doch die Arenaleiterin dort heraus. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen kannst, Micah. Viel Erfolg und bis dann. Darf ich jetzt? Oh, mach auf die Tür. Tut mir leid, dass da jetzt ein paar zu lang waren. Aber das ist halt so dieses Ding bei Pokémon, ne? Man merkt gar nicht, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht. Wenn du einfach nur hier so am rumlaufen bist. Oh, Voltlamm! Wir hatten leider, glaube ich, schon Ampharos in der Gruppe, aber wir haben ja auch ein Elektro mit Pamu, aber... Ähm... Ja, Ampharos hatten wir eh schon. Das dürfte ich ihn nicht nehmen. Ach man, muss das denn sein? Ach man, immer diese Paralyse. Warum funktioniert das denn immer bei denen? So, jetzt aber. Hier vielleicht noch ein paar Pokébälle kommen sollen. Ist egal. Voltlamm wurde gefangen. Juhu! Ähm... Sein Fell wächst ständig. Im Sommer wirft es sein ganzes Fell ab, aber dieses wächst binnen einer Woche wieder nach. Na gut. Ähm... Was nenne ich... Marys? Keine Ahnung warum. Eigentlich hätte ich es, äh, Mary genannt, aber ähm... Ähm... Ja. 7,8 Kilo. Okay. Ach du schon wieder. Wurde grad sagen, hat mich das Ding grad angegriffen? Eta. Eta. Da fällt mir auch grad ein, ich muss noch die Paralyse rausholen, ne? Beutel! Ich hab doch bestimmt ne Beere. Ah, sag ich doch. Einsetzen. Ich kenne schon. Das ist ne kleine Sackgasse. Jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen gucken, wo ich bin, ne? Hier raus. Also erstmal den Weg folgen, ne? Das ist Sackgasse, dann kann ich erstmal so den Weg folgen, so. Oje, 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 das hat nen Spaß. So. Na gut. Ahaha. Beinahe wäre ich da rein. So. Das wäre nicht so geil gewesen. Ist ja auch irgendwas anderes? Ist ja auch irgendwas anderes? Rampus? 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 Also ich versuch halt nicht zu überleveln, das ist ein bisschen schwierig, aber ähm, ich denke das ist machbar einfach, weil ich kämpfe nur einmal gegen jedes Pokémon, was ich gefangen hab und dann muss man halt überlegen. Wenn ich denn da jetzt hinbekomme? wo bin ich jetzt könnte ich hier runter wollte ich gar nicht aber gut den gucken uns jetzt noch mal die ecke an weil eine pokopuppe kann nie schaden bist du nicht sehr effektiv okay so dass der not auch nicht effektiv was bist du er hat auf jeden fall bis jetzt keine attacken bist du geil was bist du dass ich für dich eventuell schon namen hätte ja und unlicht okay kiefer und fangszähne dieses pokémons sind gut entwickelt und stark genug felsen zu zerbeißen seine dicke festschicht bietet optimal 16 kilo ich weiß wie ich dich nenne ja cooles und du kommst jetzt erstmal mit ins ins team tatsächlich ich weiß wie ein schmaß mal raus ist genau er sieht mir aber auch ein bisschen sieht ein bisschen traurig aus der jungen eigentlich müsste ich wieder zurück wo ist dahin zum glück kann man immer mal ein bisschen fliegen dann spare ich mir nämlich den weg du hast ein e-wolli ich habe meinen beutel mit vielen zutaten vollgestoppt hier nehme gern ein paar davon ab du verschaust okay was schmeckt herrlicher als ein sandwich im freien probier es doch mal mit einem dieser zubereitungen aus wollen wir denn auch gleich gemeinsam picknicken und die seelen bauen lassen ja komm lass uns ausprobieren was passiert das war das picknick du und deine pokémon sprudeln jetzt voll laut okay ich habe jetzt gedacht alles jetzt nein gut ich bin so und hat sie sagt ich bin unvergesslich oder ich bin vergesslich dachte ich hätte jetzt hier was glitzern sehen ich sehe schon gespenster dass man sich auch wirklich ansprechen muss sonst kämpfen die nicht ich habe ganz vergessen zutaten einzukaufen mein Brust lasse ich im kampf gegen dich aus ja dann komm ach ein Pummel ach wie süß wen willst du damit erschrecken Dumpelin komm mal zu lass mal Spatz mal ein bisschen kämpfen Ich meine, der wäre schon mit Flugfeuer eigentlich ganz gut, ne? Oh, bitte nicht. Komm, jetzt mach... Oh, das ist doch nicht erhört. Na, komm. Die Pummel kann eh nicht angreifen. Immer die mit ihrer blöden Parallelen, ne? Ey, das ist so ärgerlich. Komm schon! Dankeschön. Pummel wurde besiegt. Sie hat, glaube ich, zwei Pokémon. Driftlon, Pokémon wechseln. Ich weiß auch gegen wen. Lilly, komm. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was Herkules eigentlich für attacken kann. So sieht's aus. Nein! Hat Lilly viel Damage gekriegt? Ne, anscheinend nicht. Ach, ich bin so enttäuscht. Ja, ich auch. Letztendlich habe ich anscheinend noch einen Grenzen. Oh, da ist dieses Olivenling. Auch sehr neu. Mach einfach nur einmal einen Tackle, das muss reißen. Ach, wie süß. Jetzt nochmal Pupfhörer. Olivenling wurde gefangen. Olini wandelt Nährstoffe in Öl um, welches es in der Vogt auf seinen Kopf speichert. Es kommt mühelos eine Woche ohne Essen und Trinken aus. Ich nenne es Olive. Also Olive. In die Box. Wir haben Lilly, wir brauchen keinen anderen Pflanzenstader. Wollte gerade sagen, fahre ich jetzt die gleiche Strecke nochmal? Feuer, Heiler. Hier wirst du ja auch ein bisschen zugeschmissen mit Items. Wollte. Meine Kämpfer... Mein Kampfpokno ist richtig stark. Warte. Ah, wo sind die Almarina-Beere? Da. Pokémon. Er sieht so gequält aus. Ich weiß nicht warum, aber er sieht so gequält aus. Die Flucht vor Willen-Pokémon... Oh, der ist ein Angsthase. Okay. Du bist elf. Ne, wir nehmen mal Spatz nach vorne. Ganz kurz. Wenn die Pokémon Käfer-Pokémon haben, würde ich das gucken. Ich hätte dafür sorgen, dass mein Pokémon viel Erfahrung sammelt. Ja, dann komm doch. Knips fordert dich heraus. Ja. Ja. Ach, ein Zerpurzel. Ne, gar nicht doch. Zerpurzel heißt das, ne? Sehr effektiv. Käfer-Tut. Hihi, sehr witzig. Er hat nur eins. Da hinten ist ein Mamm-Faxo. Und Klauschi will was lernen. Fang-Gubbler. Ja, als ob. Immerhin besser als Heuler. Eins, zwei und drei. Ach, Heule doch. Wenn ich mein Pokémon schon entwickelt hätte, dann hätte ich den Kampf gewonnen. Also ob. Wäre nicht sagen, nee, hätte es ja nicht. Ich war klar, Typ im Vorteil. Ähm, bewegen. Einfach mal kurz runter. Komm her, Heule. Donner-Schock. Ich bin schneller. Okay. Und Statik. Na gut, der greift eh. Aber gut, vielleicht ist er paralysiert und kann den nicht angreifen. Natürlich kann er angreifen. Ach ja, das war ja so ein Mistfing, ne? Was bis zu fünfmal treffen kann. Und natürlich funktioniert es, ne? Makuhita. Komm. Ich weiß, er war noch im grünen Bereich, aber war paralysiert. Ein Courage-Pumpe. Oh, auf jeden Meter wiegt er 86 Kilo. Indem es immer wieder große Bäume rammt, erhält es einen Zehenkörper und einen stahlharten Willen. Ich weiß schon, wie ich dich nenne. Sumo. 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 Sehr gut. Ähm. Jetzt bin ich schon wieder überall und nirgendwo, ne? Was ist da hinten? Ja. Ach, das wird wahrscheinlich nicht das Ding sein, ne? Ne, das Pflanzen-Ding. Ich folge jetzt einfach mal hier den Weg bis zum Pokémon-Center. Ich brauche einfach nur jetzt erstmal ein Pokémon-Center. Da ist es! Addictor. Ja, das macht nix. Das macht nix. Das macht nix. Das macht nix. Bäm. Dick, da wurde gefangen. Maulwurf. Deine Haut ist sehr dünn. Wird es Licht ausgesetzt, erhitzt sich sein Blut und es wird schwach. Ich sag, es ist Würmchen. Warte. Würmchen. Nee, Würmchen kommt auch in die Box. Ich würde so ganz gern schneller fahren, einfach. Das haben wir noch nicht. Ich sag, das ist Stein, ne? Das bringt mir nicht viel. Zauberblatt könnte aber zu viel werden, aber aufgrund des... Wir probieren es einfach mal ganz kurz. Da hinten ist ja nochmal. Jetzt macht es noch härter und dann... Wird schon. Was ist schwächer beim Blattwerk? Ja, sehr effektiv. Wow. Ich sitze ja noch auf dem Ding drauf. Sehr gut. Flügelschlag. Er kann es von mir aus erlernen. Äh, Start-Skinner. Das braucht die. Steinsalz-Pogmon. Mit jedem Schritt schabt sein Körper am Boden und hinterlässt dabei Salz. Sein Körper stellt jedoch kontinuierlich neues Salz her. Ist es bestimmt ganz salty. Weil ich hab doch eben grad noch ein anderes gesehen. Nee, dann halt nicht. Es sind so viele einfach. Es sind so viele Pokémon hier. Fangrublau könnte es jetzt leider zerstören. Nee? Und Start-Ticket. Klar kann es angreifen. Das ist natürlich so immens klar, dass das Ding angreifen kann, ne? Ich will eigentlich immer noch nur das Feuerpum- auf dem Feuerwild machen. Einzel sind sie schwach, daher bilden sie Schwärme, während diese jedoch zu groß zanken sie sich. Das ist ein Taubti. Da sollte ich echt mal jetzt endlich mal heilen gehen, ne? Aber es sind so viele hier. Das sind einfach so viele Pokémon. Was ist da hinten? Ah, da ist das Feuerwildding. Ich muss aber trotzdem vorher mal heilen. da ist Olle. Außerdem wäre ja auch mal ein, äh... vielleicht ein paar, ähm... Dings nicht schlecht. Ein paar, ähm... Pokébälle. Vielen Dank für deine Gold... Ähm, wir haben es bald wieder. Ah, sie hat keine Tipps mehr. Alli, hallo! Hast du ein... Okay. 5. Ja, ist aber nicht das Problem. Es war halt einfach... Ich bin grad dabei... äh, zu Dingsen. Wo war jetzt dieses, äh... Das ist dann nach Feuer aus, ne? Da hinten. Nach einem Feuerweg. Ne. Jetzt bin ich verarscht von. Ähm. Das Run-Wiser, das wollte ich mir aber jetzt erst später holen. Ähm. Wo zum Hänger bin ich? Da, so. Ich möchte da hin. Das heißt, wenn ich jetzt so hoch... müsste das funktionieren. Ne, Quatsch, andersrum. So, jetzt auf nach Norden. Oh nein. Ich bin in das Ding reingeprutscht. Ich bin in das Ding reingeprutscht. Mal. ist das wie? Naja, es geht. Es geht. Aber es ist ja nur so ein kleiner Käfer. Ist ja Purzelvoto gefangen. Und da ist wieder so dieser Grafik-Bug. Nenne ich Kirke überhaupt denn. Kirke. Wenn seine zwei Atenen einander berühren, erinnert dies an den Klang eines Xylophons. Kirke. Garten. Okay. Na, herein. Oh. Ey, du siehst hier, die könnten ja mal ein bisschen größer sein, ne? Oh, da wollte ich hin. Ähm. Genau, ich hänge an dem kleinen Baum fest. Äh. Lasst mich überlegen. Wie geht's jetzt weiter? Ich muss da hoch. Okay. Wir gehen jetzt mal straight. Ich bin in das Hübschen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin direkt reingefangen. Ich hab nicht hingeguckt, ne? Überall, aber nicht da hingeguckt, nach vorne geguckt. Ich weiß nicht, bei Akios kam sie mir auch immer größer vor. Komm, ich will wenigstens das Feuerding jetzt mit euch noch machen. Bin ich noch auf einem wichtigen Weg? Ja, sieht gut aus. Und ich habe ja schon fast alle. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Barmelin. Hab ich. Ähm. Da ist so ein komisches anderes Vieh. Ich will aber eigentlich... So, oh, mir Hickel. Oh. Das wird zu so einem Pferd, ne? Das hatten wir aber, glaube ich, schon bei... Ah, na gut. Bei Sonne und Mond, glaube ich, hatte ich das. Pampros, das wird Pampros. Es ist Boden. Ja. Okay, da ist wenigstens nicht wirklich Statik. Komm, Lilly, packst du das. Das ist Level 16. Das ist Level 16. Wie kam das? Wie kam das denn jetzt zustande? Das wollte ich nicht. Pampoli wurde gefangen. Oh, das hat jetzt aber Erfahrung gegeben. Ähm, Ruxokip ist besser als Kratzer oder 40? 40 macht nichts. Aber ich nehme Kratzer weg. Einfach aus dem folgenden Grund. Ruxokip hat halt Erschlagsgarantie. Ich hole mal unser... Achso. Erschlags. Es bewegt sich zwar langsam, ist aber sehr kräftig. Sein Gang ändert sich auch da nicht, wenn es das 50-fache seines eigenen Gewichts trägt. Na, ich nenne es Fohlen. Ne, ich nenne es Ferdi. Ferdi. Ich habe dich leider schon mal 110 Kilo für den Meter. Oh. Einen Beutel. Ja, ich weiß, du bist besiegt. Es tut mir auch leid. Guck mal. Was hältst du davon? Oh, den kriegst du jetzt auch einen Trank. Krass, ne? Okay. Jetzt haben wir es wenigstens... Ja, ich bin am Zielort angekommen. Oh, da ist ein Wuffel. Nein! Ich bin in irgendwas reingefahren. Was bist du denn? Ein Schlingel. Wenn der... Oh, bitte lass das keine Pflanze sein. Du bist ja niedlich. Ha, war wohl nix. Weiß mal zu. Weil ich es unbedingt haben will, schmeiße ich jetzt mal einen Superball. Ich weiß nicht, wo ich die Superbälle herhabe, aber ich schmeiße jetzt mal. Schillingel wurde gefangen. Oh nein, es ist... Ach, schade. Es ist Pflanze. Die regionale Küche Paldeas ist sehr scharf, weil die ausgefallenen Vorderzähne von Schillingel zum Würzen verwendet werden. Ach ja. Was, hier machen wir einen Schlingel. Schlingel. Ach, schade. Wir haben Lilly schon und ich will Lilly nicht austauschen. Ah, den habe ich nicht kommen sehen. Das sind Zirpoze. Vergiss es. Oh, das war jetzt eine Enttäuschung. Das war jetzt aber eine mega Enttäuschung. Wir gehen jetzt da hin. Und ich heile jetzt meine Kumpan mal und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder genau da an selber Stelle. Ich werde allerdings offscreen ganz kurz looky looky machen, was sich hier versteckt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und Bye-bye. ENDER